Yo, 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 Leute und herzlich willkommen bei Let's Play Battlefield 3 mit Rampage Mode. Moin. Moin. Und ja, ähm, wir spielen wieder Squad Rush auf Diamond Peak und ja, sind Verteidiger. Nachdem wir eben richtig schön gewonnen hatten, die Runde, auch wenn unsere Gegner in der Unterzahl sind, waren. Aber da können wir leider nicht so viel machen. Ja. Ähm, aber mal gucken. Es joint ja immer wer. Der Modus ist ja jetzt nicht ganz unbeliebt. Es gibt auch Leute, die spielen halt auf Achter-Servern. Der scheiß Sniper ist da oben. Ich bin down. Alter, kannst du dich reanimieren? Ja, haha, ich hab den, 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 das Rest weg, das Reanimationsgedöns, weggeschnurrt. Wo ist denn der Piss-Sniper? Ich hab markiert. Naja, kann ich nix machen. Ja, bei mir ist genau so ein Pfosten davor. Fuck. Warte. Ha, ha, ha. Jetzt muss ich überniesen. Boah, so. Boah, fuck. Der ist ja immer noch, Alter. Oh mein Gott. Peinlicher Typ. So peinlich. Ne, der fühlt sich wahrscheinlich noch mega geil. Ich, ich, ich sniper mal gegen. Oh, ne, das würde ich jetzt nicht machen. Warte mal, ich pass mal ganz schnell meine Waffe an. Frontgriff. Er sagt HDF, er hat, er kann halt nicht kontern. Ja, und vor allem ist er deutscher. Der kriegt jetzt den Hotelerspruch ab. Ja, genau. Oh, 1 vs. 2, 3, ja, soll er trotzdem fair spielen, also. Hm? Nicht, dass ich jetzt sagen würde, snipen ist unfair, aber es ist einfach low. Wenn man dann noch sagt, oh, toll, toll, ich bin so gut, weiß ich nicht. It is, it is AFK. Das ist sowieso bester Mann. So, wo ist der Kack-Snapper jetzt? Ja, das weiß ich nicht. Also was, ich rush, ich rush gegen. So, der hat mich angeschossen. Von wo? Äh, von hier. Ist der da rechts, oder was? Der ist, ja. Steht da oben drauf. Alter. Jetzt plantet er. Jetzt, jetzt, jetzt fühlt er sich toll und plantet. Naja, da hast du offiziell als, ähm, gehasster Mensch anfühlen, äh, fühlen, angesprochen fühlen, so, das wollte ich sagen. Egal. Egal. Jetzt, jetzt, nicht zur Bombe. Was, jetzt, jetzt kommt er mit dem RPG, what the fuck? Oh mein Gott, oh mein Gott, was ist das für ein Noob? Hardcore Mensch, das ist schon krass. Hardcore Mensch, das ist schon krass. Du bist jetzt mit dem Grenade-Launcher, die da oben runterholen. Jep. Jep. Das hab ich vor. Ich geh einfach mal auf das scheiß Dach. Jo, tu das. Los, Leute, jumpt runter, los, los. Da sind die schon unten. Egal. Dann halt eben nicht. Da kommt er. Kommt er, kommt er runtergesprungen. Oh, da hab ich ihn in der Luft, in der Luft hab ich ihn da. Also, das war aber nicht der Sniper, haben sie. Oh Gott. Wo ist der? Der hat tot. Du oder der? Er, beide. Ah, okay. Mein Gott, also. Dein Gott? Mein Gott. Unser Gott. Egal, lassen wir das mit Religion. Das gehört nicht in Let's Plays. Och, doch. Da kommt er. Da kommt er gedroppt. Gedroppt? Da seilt er sich ab. Oh, und da hab ich ihn auch aus der Luft geholt. Oh. Nice, nice. So, der nächste Drop, bitte. Da kommt einer. Links, ganz seit links. Oh, und da hat er mich von oben runter gesnipet. Äh. Oder nein, der ist unten. Der ist schon unten. Fuck, ah, scheiße. Der Sniper Hans Wurst ist unten. Und geht ja jetzt in die Halle rein. Ist in der Halle. Von wo? Von der Fronttür. Oh mein Gott! So unmöglich! Wo ist der? Wo ist der? Lebt der noch? Der läuft immer um den Container. Ey, so unmöglich dieser Typ. Ey, sowas hab ich noch nicht gesehen. Der so, entschuldigt, aber der soll echt COD spielen gehen, dieser blöde Hund. Egal, da war noch einer. Ey, hier würde ich jetzt gerne echt ne Claymore benutzen. Ja, ist einer von der Mitte der Halle. Ich weiß, ich hab's gesehen. Der ist wieder raus, der geht wieder raus. Wo sind eigentlich die anderen beiden bei uns aus dem Team? Knapp, knapp, hinter uns, hinter uns. Fuck, ich musste grad nachladen. Keine Chance. Gut, der ist down. Wir müssen schnell spawnen, ansonsten kommt der Sniper NN wieder. Naja, das Problem ist, er ist ja gar nicht so scheiße. Er kann ja snipen. Ja, aber dafür soll er in COD. Aber ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich wieder so ein einsamer Typ. Also, nicht einsamer, sondern der spielt einfach immer, wahrscheinlich immer alleine und only Sniper und so. Ja, ja. Das sind halt so Typen, wo ich mir denke, ach nee, nee, das muss jetzt mal ganz sicher nicht sein. Weil Battle... Ja, okay, Sniper ist da, Sniper kann man spielen, aber... Es heißt ja Aufklärer auch nicht, Sniper. Ui, toll. Alter, das ist doch nicht den hier ernst, oder? Die tuben jetzt hier ernsthaft alle Wände weg. Scheint anscheinend der in Ernst zu sein. Die kommen unten rein. Oh Gott, oh Gott, jetzt hat er die KH. Alter. Der ist hoch, der hat jetzt... Ja, ich bin down, ich bin down. Zwei Leute von denen. Ja, haben wir wahrscheinlich, kriegen wir nicht mehr. Also, wird echt hart. Nee, das ist unmöglich. Der Typ hat halt 18 Kills, naja, egal. Der ist stark, gespawnt, down. Ja, da haben wir verloren, die Runde. Oh, yo. Lustig, lustig. Der Typ... Ich bin mir ganz sicher, dass der Typ mit niemandem in Skype ist oder labert oder so. Oder er nimmt... Oder er ist mega der Ultra Pro, ist so Sandy Ravage, der Battlefield-Spieler oder sowas. Und nimmt grad... Oh, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Wo hinter uns? Genau da. Alter, war die Runde mal... War die Runde mal schlecht. Ja, war echt schade. Entweder der Typ ist einfach nur übermatch-guld oder er hat an oder er ist einfach nur... Naja, ich weiß nicht, Sniper. Das ist sowieso so eine Sache. Egal, ich hab ein Goldstar auf irgendeine Waffe auf die G3-A3. Okay. Und wir sind A-Squad, trotz alledem. Ja, toll. Was will man machen sonst? Na gut. Ah, nerviger Typ, echt. Ja, schade. Na gut, also sag ich danke fürs Zuschauen. Vier Minuten hätte der Part noch, aber... Sagen wir... Ähm, nächste Runde geht's weiter. Ciao. Ciao.